Stefan Meross begrüßte am Sonntagmorgen, 18. Juni 2023, seine Fans in der ARD zu einer neuen Ausgabe von Immer wieder sonntags. Er ist wieder da. Nachdem Stefan Meross in der vergangenen Woche ob des Kirchentages in Nürnberg seine TV-Kanzel im Europapark großträumen musste, war er diesen Sonntag endlich wieder am Start. Und das sogar verhältnismäßig trocken. Wir erinnern uns, in der vergangenen, immer wieder sonntags, Sendung hatte ein Wolkenbruch, nicht nur den Moderator, sondern auch sein Publikum ordentlich durchnässt. Ein Ereignis, an das Stefan Meross am Anfang der Sendung auch noch einmal lebhaft erinnerte. Warum genieße ich heute so? Ihr lieben Kolleginnen und Kollegen hinter mir, ihr könnt euch jetzt mal alle selber die Hand geben. Gratuliert euch einmal. Wisst ihr warum? Ich habe letzte Woche hier in einem Aquarium moderiert. Da war ja Weltuntergang vor zwei Wochen. Unfassbar. Die Regenschirme waren ausverkauft. Utopische Preise. Nicht Schwimmer, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, die hatten Angst um ihr Leben. Das war nicht so leicht, übertrieb der, immer wieder sonntags, Moderator nur ganz dezent. Peggy March Fanclub bei, immer wieder sonntags. Na, dann konnte er sich ja glücklich schätzen, dass nun wieder die Sonne schien. Glücklich schätzen durfte sich aber auch Schlagerlegende Peggy March, die ebenfalls in der ARD-Show zu Gast war. Sie hatte nämlich ihren eigenen Fanclub im Publikum. Und das sorgte durchaus für skurrile Szenen. So herrschte plötzlich geschäftiges Treiben im Publikum, als Peggy March zu Beginn der Sendung die Bühne betrat. Gleich mehrere junge Männer, vorab noch in Lederhose und Trachtenhemd gekleidet, kramten plötzlich T-Shirts heraus und zeigten so ihre Liebe zu der Schlager-Queen, die mit dem Song »Mit 17 hat man noch Träume« einst einen Mega-Heat lieferte. Und die Peggy March Fans waren nicht die einzigen in Motto T-Shirts. Auch aus der Ruhrgebietsstadt Duisburg war eine Gruppe nach Rust gereist. In blau-weißer Kleidung heizten sie schon zu Beginn der Sendung ein, schickten »Grüße aus Duisburg« an Stefan Meross. Für gute Laune war also auf jeden Fall gesorgt. Wie nass es beim letzten Mal wirklich war, beweisen diese Bilder.